Hallo und herzlich willkommen zu dem Fernbus-Simulator. Neue Runde, neues Glück, Leute. Wir müssen... Wir sind in Stuttgart, jetzt Abfahrt. Wir wollen nach Karlsruhe, ohne irgendwie zu halten oder sonst irgendwas. Anscheinend habe ich gerade gehalten. Und danach kommt wieder 15 Minuten Pause. Aber jetzt fahren wir erstmal von Stuttgart nach Karlsruhe. Karlsruhe, in der Nacht. Ja, es ist schon Nacht geworden. Wir fahren schon seit 10 Uhr rum. Ihr wisst ja, gute Laune. Eins, zwei, drei. So. Habe ich alles. Ja. Erster Gang rein. Ach so, Entschuldigung. Ich muss erst mal den Motor starten. So. Jetzt fahren wir los. Ich kenne Taxifahrer, die besser fahren als Sie. Ja, es ist aber auch sehr schwer zu lenken. Ja? Möchte ich noch dazu sagen. Gott sei Dank ist gerade... Oh, es ist gerade nichts los auf der Gasse. Okay. Und go. Ich muss wahrscheinlich wieder auf die Autobahn. Ja. Ja. Wie viel Tank haben wir denn? Oh, das mit der Seele rein, die geht mir schon irgendwie auf die Eier, gell? Also 104 Kilometer müssen wir jetzt fahren. Von Stuttgart nach Karlsruhe. Wir sind das beste Busunternehmen der Welt. Ich wollte schon Zeit Taxi sagen. Bitte fahrt zu, sonst fahre ich euch rein. You're the one that I want. Oh, schade. Ich muss. Schade. Ich muss. Ich darf nicht denken. Ich weiß nicht, ihr wisst ja warum. Ihr wisst ja warum. Ich darf Schrott singen. Das darf ich. Oh, hier ist ein Blitzer. Guck mal. Der fährt bestimmt raus. Siehst du, das wusste ich. Ach, Wassernot. Ich bin immer froh, wenn man steht. Oh, Leute. Leute, das ist wunderbar. Ab in die Nacht. Ohne Xenon. Ob das überhaupt noch erlaubt ist. Stuttgart. Und jetzt müssen wir da auf die Autobahn wechseln. Ohne Xenon. Ohne Xenon. Ohne Xenon. Ohne Xenon. Glück, guck mal. Ein bisschen gefahren. Also, ich bin ja nicht unbedingt nachtländiger. Aber es ist schon eine Not, wenn man nichts sieht. Komm, fahr schneller. Ich wollte jetzt auf die A8 wechseln. Boah, Lenk. Tiefschwarze Nacht. Bisschen Sternchen am Himmel haben wir schon gehabt. Aber das ist ja eine Not. Alter. Boah, tiefschwarze Nacht. Ich fahr nicht schnell jetzt. Das könnte er vergessen. Karlsruhe. Das ist schon angeschrieben. Wollen wir ja. Karlsruhe. Oh, ich darf schon leid fahren. Es dürfte jetzt nicht lange dauern. Eine Stunde. Eine Stunde Fahrt knapp. Hingehen. So, jetzt fahren wir über ein Kreuz. Über ein Autobahnkreuz. Das ist auch nicht mehr nass. Orbit hört auf zu bremsen. Man kann das gar nicht sehen, wenn man auf der Autobahn bremst. Lade die Internet. Ja, das Licht ist scheiße eingestellt. Ich sehe überhaupt nicht. Ich brauche einen neuen Bus, Leute. Ich hätte gern eins mit Xenon. Und Automatik. Also nicht Automatik, sondern Tempomat. Mensch, gern noch. Hammer eigentlich. Aber irgendwie... Weggestocker nicht. Geht wahrscheinlich noch nicht. Wir müssen erst noch ein bisschen hochleveln. Und dann geht's. 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 Boah. Das ist wie Geisterfahrt, ey. Was ist das für eine Stadt? Keine Ahnung. Schon nicht leben können. Ja. Aber das ist immer noch ein bisschen. Die ist WC. Auch immer aber nett. Auch cool mal auf so einer Autobahn-Raststätte zu halten. Könnte man eigentlich ja auch mal machen. Machen doch eigentlich Busfahrer nicht irgendwo in der Stadt tanken. Sondern eigentlich auch. Naja. Irgendwann werden wir ja auch längere, größere Strecken fahren. Und dann... Ein paar Anzeige machen. Die müssen wir jetzt abholen. Dann schon mal. Ich strahle den ganzen nett hier. Ich blink mal. Geht schon ab. Achso. Jetzt kann man Stichausfahren auch nicht. Vorsichtig fahren. Oh, guck mal her. Jetzt müssen wir jetzt in der Baustelle umfahren. Guck, da wäre eine gewesen. Sehr gut. Oh, Karlsruhe. Jetzt müssen wir hier abholen. Stopp. Bremsen, 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 bremsen. Wir sind zu schnell in die Kopf. Unsere Gäste sind doch gerade richtig schön ruhig. Und meckern nicht. Wir haben bloß nicht erfahren, dass wir jetzt die Ausbildung zum Busfahrer machen können. Unsere Tarnung darf nicht aufliegen. Oh, Karlsruhe nach rechts. 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 Rump. Nach Karlsruhe. Nach Karlsruhe. Wunderbar. Nach Karlsruhe. Und weiter geradeaus. Noch mal wieder die rote Welle. Und Stopp. Wunderbar. Da hab ich gleich Leute. Wir haben es gleich. 15 Kilometer noch. Wir sind auch noch richtig immer pünktlich, eigentlich. Aber gut, eigentlich. G-O-H-T sag ich dazu nur. Karlsruhe, wir sind in der Stadt angekommen. Das war schon das Rotschild. Ihr habt das gesehen. Was ist da? Lagerraum. Taxi neben uns. Gut, ich blick schon mal. Jetzt nach rechts. Ich denke mal, wenn wir das alles jetzt abgefahren haben, unsere Route, haben wir noch einiges, dann sind wir wirklich Taxifahrer. Dann haben wir es geschafft. Ich muss eigentlich noch ein bisschen üben, hier so Tour fahren und so, gell? Ich bin ein bisschen üben. Ich bin ein bisschen üben. Das ist immer noch nett. Oh, nett schon wieder. Immer noch geradeaus. Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Immer geradeaus. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Jetzt müssen wir bei dem nassen Kurzwetter aussteigen. Der Rinderhut. Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Ach Leute. Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Danke. Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir nicht. Ja, ein bisschen schade, dass man die Städte halt jetzt bei Nacht so sieht. Muss man halt auch mal bei Tag anfahren, gell? Bestimmt nicht schlecht. Aber ich wollte halt so einen Modus auch haben, der halt auch realistisch ist mit Tag, mit Nacht, mit Schnee, Eis, Nebel. Wir fahren total realistisch, muss man das. Wir fahren realistisch, muss man das. Für mich sieht das mal alles gleich aus. Bade. Oh, andere Busser an die Stelle. Ja, wir haben es geschafft. Und wir sind sogar überpünktlich, Karlsruhe freigeschaltet, Leute. Yeah. Sehr, sehr cool. So, Grenze, Motor und zu. Ach nee, Quatsch. Nicht zu. Noch einmal zu. Ach Leute, was macht die Damen hier. Entriegeln, entriegeln, entriegeln. So, jetzt zu. Ja, brav. Mahlzeit, mein Ticket. Der Kiel. Danke sehr. Bitte. Hallo, ist das nötig? Zara. Dankeschön. Bitte. Hallo, bin ich hier. Ach so, ihr wollt ja wieder so ein Heck reinmachen. Es ist immer sehr dunkel hier, gell? Ich weiß, ob ich kann ja kein Licht anmachen. Ich bin hier richtig. Der Mahl und Sattler. Ja. Tag, das Ticket. Bitte schön. Cornelius Hecht. Sehr freundlich. Hallo, ist das gut? Janne Atom, die Nachbar der Born. Hallo, bin ich hier richtig? Und Lenny Schleicher will nach Koblenz. Danke. So, habe ich jemanden vergessen? Nö. Und wieder rein. Es ist nämlich ekliges Wetter. So, und dann schalten wir mit der um. Verriegeln, verriegeln und verriegeln. So, und jetzt müssen wir aber eine Pause machen, Leute. In der nächsten Folge. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020